Es ist der 19. August, 26 Grad, ich habe gerade Wassermelone gesnackt und weil es so warm hier drin ist, habe ich gerade auch noch meinen Klimatower angemacht und wir packen jetzt den ersten Adventskalender der Saison zusammen aus. Hey lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi, mein Name ist Kathi, willkommen in der Lovemunity. Ja Leute, es ist soweit, Adventskalender-Saison hat gestartet, offiziell jetzt auch bei mir. Ich habe den NYX Adventskalender für dieses Jahr bestellt, er ist gerade eben bei mir angekommen und ich ahne Schlimmes, wirklich Schlimmes, ganz ehrlich, nach den letzten zwei Jahren. Aber wir sind natürlich bereit, uns positiv überraschen zu lassen, deswegen gehen wir gleich auch ins Video rein. Ich möchte aber vorher noch ein paar Disclaimer loswerden. Als allererstes, nein, ich werde noch nicht meine Weihnachtsmannmütze aufsetzen, es ist einfach zu warm dafür. Zweitens, wenn ihr genervt davon seid, dass überall Adventskalender ausgepackt werden und das schon so früh im Jahr, bitte merkt es jetzt den Firmen rück und nicht den Leuten, die es auspacken, denn wir können auch nichts dafür, dass das so früh schon losgeht. Und drittens, das ist der für mich persönlich wichtigste Aspekt an dieser Geschichte, ich mache meine Adventskalender-Unboxings immer ein bisschen anders als die anderen. Ich bin einfach nicht wie die anderen Mädchen. Ich packe nicht von Türchen 1 bis 24 der Reihenfolge nach aus, sondern Bild durcheinander, damit, falls ihr euch den Adventskalender kaufen möchtet, falls er gut sein sollte und ich eine Empfehlung dafür rausgebe oder ihr vielleicht auch trotz meiner Nicht-Empfehlung die Produkte interessant findet, immer noch den Überraschungseffekt habt. Und das ist das Allerwichtigste, ich werde wieder, wie jedes Jahr, an das Frauenhaus in Bremen einen Großteil der Inhalte meiner Adventskalender spenden. Das mache ich seit drei Jahren in Folge so. Das ist für mich einfach die sinnvollste Art und Weise mit diesem krassen Konsum, der bei Adventskalendern nun mal leider stattfindet und den ich auch ein Stück weit ausnutze, für die Klicks auf meinem Kanal irgendwie auch noch mit mir selber vertreten kann. Denn so werden Menschen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, auch noch ein bisschen Freude haben zum Weihnachtsfest beziehungsweise in der Adventszeit. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich dazu sagen kann. Außer Folgendes, holt euch gerne etwas zu trinken, das ist der Daily Reminder to stay hydrated. Und schauen wir mal, was Nix uns dieses Jahr kredenzt hat. By the way, das ist kein PR-Sample, habe ich für 85 Euro selber gekauft bei Otto. Und der einzige Grund, warum ich das überhaupt gekauft habe, ist a, ich bin ein hoffnungslose Romantikerin und glaube immer noch fest daran, dass auch Nix etwas dazulernen kann aus den letzten beiden Jahren und den Desastern von Adventskalendern, die sie bis jetzt rausgebracht haben. Und ich kann es von der Steuer absetzen, ansonsten hätte ich den nämlich, glaube ich, nicht gekauft. Das Ding ist in dem ganzen Topic von Kevin allein zu Hause gemacht worden, was ja auch so ein richtiger Weihnachtsklassiker ist. 24 Türchen haben wir insgesamt drin. Hier oben ist das so versiegelt und das mache ich jetzt auf. Hier hinten gibt es so einen kleinen Spoiler dafür, welche Produkte in welchen Farben dabei sein werden. Aber die Produkte sind nicht aufgedruckt, was ich sehr, sehr gut finde. Natürlich haben wir hier auch nochmal alle Inhaltsstoffe und auch die Langlebigkeit der Produkte nach Anbrechen. Finde ich sehr, sehr gut. Aufgeklappt sieht das ganze Ding dann so aus. Also quasi sieht man das Innere von Kevin allein zu Hause ist zu Hause. Inklusive Klo hier oben ist jetzt nicht das schönste Packaging, sage ich euch ganz ehrlich. Ich muss hier erstmal Platz machen, weil der ist auch einfach viel zu groß für meinen Schreibtisch. Hupsi! Und wir starten mit einem Produkt, das ich sehr nice finde. Lieben wir doch! Und zwar dem Butter Gloss. Das sind 8 Milliliter in einer wunderschönen, nudigen Nougat-Farbe, würde ich dazu sagen. Die Farbe heißt Madeleine und die Butter Glosses sind zwar vom Applikator her nicht unbedingt das, was ich präferiere. Ich mag ja lieber etwas größere Applikatoren, aber die Farbe sieht sehr schön aus. Da ich die Produkte weitergeben werde, also spenden werde ans Frauenhaus, werde ich sie auch nicht swatchen. Nur, dass ihr es schon einmal wisst. Denn man kann nur unbenutzte Produkte spenden. Aber ich denke mal, man kriegt auch so einen ganz guten Eindruck von der Farbe. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Oh, ein weiteres Produkt von NYX Cosmetics, das ich ganz gut finde, ist der Sweet Cheeks Liquid Blusher. Das ist der Soft Cheek Tint Blush Mousse. 12 Milliliter sind drin in der Farbe Coralicious. Würde mir persönlich auf jeden Fall auch sehr gefallen von der Farbe her. Die sind vom Finish her, würde ich sagen, so ein Natural Matt Finish. Wenn ihr versteht, was ich meine, also die haben keinen eigenen Glowy oder Dewy Look oder so. Aber sie sehen auch nicht komplett abgepudert aus. Was ganz interessant ist an denen, ist, dass sie ebenfalls so einen Applikator haben, wie bei einem Liquid Lipstick. Man kann die natürlich auch dafür benutzen, wenn man das möchte. Auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube, die wären auf den Lippen ein bisschen zu trocken. Aber man kann natürlich nach eigener Präferenz auftragen. Die Farbe finde ich wunderschön und auch das hier ist ein Produkt, das ich mega gerne selber auspacken würde, wenn ich mir den für mich gekauft hätte. Oh mein Gott, Leute, sind wir diesmal etwa Fans vom NYX Adventskalender? Wenn ihr mir dazu jetzt noch sagt, dass Adeko und Neonel dieses Jahr einen richtig guten Adventskalender rausbringen werden, weiß ich auch nicht, Leute. Ein weiterer Butter Gloss ist diesmal in der Farbe Creme Brulee. Ich glaube, das ist einer der Klassiker, aber ich habe den irgendwie etwas weniger Rosé in Erinnerung. Finde ich aber schön, dass man hier quasi zwei Nude-Töne hat, die in so eine unterschiedliche Richtung gehen. Der ist eher so neutral und so Nougat-Farben und der hier halt Rosé-Farben. Die Formulierung dafür ist auf jeden Fall nice. Ich hoffe nur, dass da nicht so viele drin sind wie letztes Jahr, weil das war ja wirklich eine Lippenprodukt-Parade. Ob ich die Produkte da auch rauskriege? Okay. Hier haben wir einen von den Jumbo-Pencils. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den damals in der Farbe Milk, nämlich Weiß, alle absolut gefeiert haben. Das hier ist ein goldener mit Glitter drin. Wie gesagt, ich werde sie nicht swatchen. Die kann man rein- und rausdrehen, finde ich sehr gut. Und ich finde, dass die auch ziemlich AnfängerInnen geeignet sind. Hier steht noch mit drauf Multi-Use Face Stick. Also ich könnte mir den hier auch als Cream-Highlighter für sehr dunkle Hauttöne vorstellen. Ein Gold ist natürlich wunderschön Richtung Weihnachtszeit. Also das finde ich auf jeden Fall auch ganz nice. Und der hier ist natürlich auch quasi Hautfarben-Inclusive. Das sind nämlich so Sachen, die ich sonst nicht so gerne sehe. Also Produkte, die zum Beispiel zu hell sind, um auf dunklen Hauttönen aufzutauchen. Was bei dem hier, glaube ich, nicht der Fall sein wird, weil die sind sehr pigmentiert. Und diese Farbe ist auch genau in dem Spektrum, dass sie, glaube ich, sehr viele Hauttöne abdecken kann. Produkte wie Concealer oder Foundation-Puder oder so, das will ich auf jeden Fall nicht in dem Adventskalender sehen. Oha, wir haben eins von den ganz neuen Produkten. Es gibt nämlich den Fat Oil Slick Stick seit neuestem. Die Fat Oil Lip Oils sind super, super schön. Sehr, sehr pflegend. Also die mag ich auch gerne. Und die gibt es jetzt als Click Stick, also dass man hier unten so drücken muss, damit das rauskommt. Ist vielleicht auch ein bisschen praktischer, um das mit in die Handtasche zu schmeißen. Die Farbe finde ich sehr schön. Und dieses Packaging hat so leichte Glitterteile mit drin. Genauso wie der Lipstick selber. Das ist die Farbe 03 No Filter Needed. Auch der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ist, glaube ich, sehr universell einsetzbar. Hier ist ein Produkt, das ich persönlich nicht mag. Und zwar die Smooth Whip Mud Lip Cream. Ich mag einfach so Velvety-Texturen nicht. Also so samtige Texturen. Und ich muss sagen, dass die auch sehr streifig bei mir auf den Lippen geworden sind. Das hier ist die Farbe Kitty Belly. Ich glaube, dass die ganz gut zu dem hier mit dazu passen könnte. Wie gesagt, von der Textur her ist es nicht so meins. Und bis jetzt haben wir in sechs verschiedenen Türchen schon vier Lippenprodukte gehabt. Aber wenigstens bis jetzt drei unterschiedliche. Ich habe es mir fast gedacht. Aber hier haben wir noch eine von den Mid-Lip Whip Cream. Oh mein Gott, sprechen kann ich auch nicht. Von den Smooth Whip Creams. Und zwar diesmal in der Farbe Onesie Fonsie. Das ist so ein abgedecktes Rosé. Das geht schon fast in so eine pink-lila Richtung. Hier könnt ihr auch nochmal die Konsistenz sehen. Hier oben, wie gesagt, keine Swatches von meiner Seite. Aber better believe, ich habe davon mal eine andere Farbe geswatcht. Beziehungsweise auch auf den Lippen aufgetragen. Wie gesagt, meine Formulierung ist es nicht. Wenn ihr die gerne mögt, natürlich auch cool. Die Farbe finde ich allerdings in dem Adventskalender auch irgendwie nicht so ganz passend, ehrlich gesagt. Also mit Coral kann ich mich da noch etwas mehr anfreunden. So ein Lavendelpink, das ist nicht so meins. Aber ist ja auch alles eine Frage der persönlichen Präferenz. Wie bei den meisten Dingen im Leben. Und wir haben noch einen Fat Oil Slick Click Stick Shiny Lip Balm. Diesmal in der Farbe Going Viral 04. Und ich glaube, der einzige große Unterschied, der da drin ist, die Farben sehen sich nämlich sehr ähnlich, ist, dass der hier einfach nur shiny ist und der hier hat noch Glitter mit drin. Da ist dann die Farbe, also die Farbe ist einfach komplett die gleiche. Aber dann haben wir hier wahrscheinlich ein bisschen mehr von diesem glänzenden Effekt. Und der hier ist halt einfach nur oily und shiny. Hätte ich persönlich jetzt auch nicht gebraucht. Also die werden auf den Lippen sicherlich sehr ähnlich aussehen. Und bevor mir jetzt wieder jemand in die Kommentare schreibt, Woher willst du das denn wissen? Ungefähr 20 Jahre Erfahrung mit Make-Up Produkten. Okay, danke. Die Türchen sind übrigens auch gar nicht so leicht aufzumachen. Ich zeige euch den nachher mal, wenn ich alles ausgepackt habe. Aber da reißt am Rand leider immer was vom Packaging mit ein. Das ist nicht so schön. Hier haben wir noch einen Sweet Cheeks Blush. Diesmal haben wir die Farbe Bombshell. Und die finde ich ganz schön, weil das eine etwas abgetöntere Farbe ist. Könnte vielleicht sogar auch als Bronzer funktionieren. Also für dunklere Hauttöne. Ne, dafür geht es doch noch ein bisschen zu sehr ins rötliche. Obwohl bei dunklen Hauttönen ein rötlicher Unterton beim Bronzer eigentlich auch gut ist. Müsste man aufgetragen sehen. Für mich als Bronzer auf jeden Fall nicht der Fall. Aber dieses abgetönte rötlich-braun finde ich für die Season echt schön. Und ist eine eher ungewöhnliche Farbe. Trotzdem tragbar. Also da finde ich es auch nicht schlimm, dass zwei drin sind. Denn das sind schon zwei sehr unterschiedliche Farben. Oh, schwierig. Okay, bei diesem Türchen muss ich sagen, auf der einen Seite schön, dass sie auch eine kleine Lidschattenpalette mit reingemacht haben. Die Ultimate Edit in der Farbe Warm Neutrals ist natürlich super, super universell. Also für alle möglichen verschiedenen Hautfarben und Haarfarben und auch Präferenzen. Man hat matte Shadows mit drin, man hat Schimmer Shadows mit drin. Aber die hier war letztes Jahr auch schon im Adventskalender, wenn ich das nicht falsch abgespeichert habe. Falls ihr das noch wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber mir ist so, als wäre die letztes Jahr auch schon drin gewesen. Zumindest auch eine Ultimate Edit. Ich weiß nicht, ob es auch die Warm Neutrals war. Das ist natürlich ein bisschen schade für die, die wirklich Nix-Fans sind und sich den Adventskalender jedes Jahr kaufen, weil dann hat man die einfach zweimal. Und auch wenn sie sehr universell und alltagstauglich ist, ich weiß nicht, ob ich die jedes Jahr neu kaufen müsste. Man kann sie natürlich aber auch weitergeben. Und ganz generell finde ich sehr universelle Palette, auch wenn ich von den Lidschatten von Nix nicht ganz überzeugt bin. Aber für einen Adventskalender auf jeden Fall ein gutes Produkt. Oh yeah, sehr geil. Wir haben jetzt auch noch den Fat Oil im Original, der Lip Drip. So sehen die Dinger nämlich eigentlich aus. Und hier könnt ihr mal sehen, wie riesengroß dieser Applikator ist. Ja, der ist wirklich so groß, dass es nicht nur durch die Vergrößerung, weil es in dieser Flüssigkeit ist. Und wir haben hier einfach einen Durchsichtigen davon. Finde ich super, weil auch das mega universell. Und davon mag ich die Formulierung auch sehr gerne. Für mich eines der schönsten Lip Oils aus der Drogerie. Neben denen von Essence. Apropos, das hier ist ein Full Face of Essence Sortiments Update. Ich weiß nicht genau, welches Video zuerst rauskommt, aber ich glaube der Adventskalender. Falls ihr also auch sehen wollt, mit welchem Produkt ich das gemacht habe und wie ich die bewerte, dann lasst super gerne ein Abo da, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Wir gehen nämlich mit ganz großen Schritten endlich auf die 20.000 zu. Und dann könnt ihr nachher sagen, ey, ich war schon Teil des Kanals, da hattest du noch nicht mal 20.000 ZuschauerInnen. Mega geiles Produkt, freue ich mich sehr drüber. Oh, wie schade. Jetzt gerade geht das Packaging wirklich richtig doll kaputt. Zeige ich euch, wie gesagt, später. Hier haben wir noch einen von den Slick Click Shiny Lip Balms Fat Oil. Diesmal eine deutlich andere Farbe, also geht eher in so eine herbstliche Richtung, finde ich. Dadurch, dass man den jetzt schon kaufen kann, natürlich auch völlig in Ordnung und man benutzt die ja nicht nur Richtung Adventszeit. Auch der hier hat wieder so Glitterpigmente und ich würde sagen, die gehen in so eine kupferfarbene Richtung. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Ich wünschte, ich könnte sie swatchen, aber wie gesagt, wenn man spendet, darf man die Produkte vorher nicht testen. Aber jetzt haben wir von zwölf Produkten acht Lippenprodukte. Ich möchte da bitte noch ein bisschen mehr aus den anderen Kategorien sehen, denn NYX hat so viele geile Produkte aus den verschiedenen Kategorien. Das möchte ich auch in diesem Adventskalender repräsentiert wissen. Hier haben wir ein Produkt, das 100% Weihnachten streit und zwar den Butter Gloss nochmal, aber diesmal in einer Limited Edition, nämlich Candy Swirl. Das heißt, man hat hier zwei verschiedene Farben, die sich dann nach der Zeit vermischen und dann schätze ich mal so ein pinkisch-red daraus wird. Ist jetzt auch die dritte Farbe von dem Butter Gloss. Also auch da muss ich sagen, ich mag die gerne, aber dann lass doch lieber eine von den Nude Farben weg und nimm dann halt die, weil Rot, finde ich, passt auch immer super zur Adventszeit beziehungsweise Winterzeit. Und die ist natürlich auch mit diesem Candy Cane Muster einfach perfekt dafür gemacht. Aber ich will nicht so viel von einem Produkt da drin haben. Gib mir doch ein bisschen mehr Diversität der Kategorien. NYX denkt sich in Diversität, leider nein, leider gar nicht. Nicht meine Abteilung. Deswegen haben wir hier noch einmal das Fat Oil drin. Wie gesagt, ich mag das super gerne. Mir sind es nur jetzt schon viel zu viele Lippenprodukte. Nichtsdestotrotz, hier haben wir die Farbe. Steht nicht mit drauf. Vielleicht ist es auch ein Limited Edition Extra für diesen Kalender. Kann ich jetzt leider auch nicht checken ohne Namen. Das geht eher in so eine hell-rote Richtung. Das ist tatsächlich in der Kamera jetzt gerade noch etwas dunkler, als es für mich in Real Life aussieht. Also ein bisschen heller als das, was ihr jetzt hier sehen könnt. Wie gesagt, an sich ein geiles Produkt, aber zu viele Lippenprodukte. Kommt schon, Nix, es hat so gut angefangen. Bitte lass mich nie im Stich. Noch ein Sweet Cheeks Blush Mousse. Diesmal in einem super dunklen Mulberry-Tone. Das ist die Farbe Showgirl. Finde ich richtig nice. Und das sind auch so Sachen, selbst wenn man eine sehr helle Haut hat, das kann man zum Beispiel mit seinem Concealer ein bisschen heller machen. Oder man mischt es mit seiner Foundation. Oder man mischt es zum Beispiel auch mit einer Bodylotion oder einer Tagescreme oder weiß der Geier was. Das sind aber so Farben, finde ich, die halt sehr universell sind, obwohl sie eigentlich quasi Hautfarben gebunden sind. Denn man kann als hellhäutige Person auch eine dunkle Farbe dazu bringen, zu funktionieren. Und gleichzeitig hat eine dunkelhäutige Person aber auch den Vorteil, dass sie diese Farbe eben tragen kann. Wie gesagt, die sind sehr pigmentiert. Aber auch hier haben wir jetzt drei Farben. Was ich aber schön finde, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Da hat man dann fürs ganze Jahr quasi schon mal welche. Oh nee, oh nee, bitte. Noch ein Smooth Whip. Diesmal in einem knalligen Rot. Das passt zwar extrem gut zur Adventszeit, aber wie gesagt, ich mag diese Textur einfach nicht. Habe ich ja jetzt auch schon genügend gesagt. Und diese Lippenprodukte, sie dominieren mal wieder den Adventskalender. Das ist einfach nicht meins. Tut mir leid. Und hier ist jetzt auch gerade das Packaging wirklich auseinandergefallen. Wow. Okay, hier haben wir noch einen Buttergloss, aber einen sehr besonderen. Deswegen sage ich an der Stelle, bin ich etwas nachsichtiger. Der ist ja wohl mega krass. Ist definitiv nicht für jeden und jede was, aber ich finde es richtig nice. Das ist eine ganz ausgefallene Farbe. Die heißen Buttergloss Bling. Und der heißt She Got Money. Und der ist Duochrome. Das ist so eine pink-rote Base mit goldenen Sparkles mit drin. Finde ich mega, mega geil, dass sie sowas Ausgefallenes mit hier drin haben. Ja, auch wenn das nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache ist. Sowas Besonderes kann man dann schon mal zum Fest anziehen oder zum Beispiel auch zu Silvester. Also da muss ich sagen, finde ich geil. Oh, diesmal, ich dachte schon wieder, es wäre ein Buttergloss, aber das ist die Soft Mud Lip Cream. Auch ein Klassiker von NYX. Nicht umsonst seit Jahren bei den Bestsellern. Hier haben wir die Farbe Kann. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Bestsellerfarbe. Richtig, richtig schön. Und ich kann, kann, haha, mir die auch tatsächlich mit beiden Farben so als Topper noch mal gut vorstellen. Das sind so eine Art Mischung aus diesen Whipped Liquid Lipsticks und den Liquid Lipsticks. Die Farbe ist richtig schön. Kann ich mir mit einem dunklen Lip Liner, aber auch einfach solo getragen. Sehr, sehr gut vorstellen. Finde ich super, dass sie auch eine Bestsellerfarbe hier mit reintun. Aber zu viele Lippenprodukte! Speaking of, noch eine Soft Mud Lip Cream, bei der ich die Farbe Rome richtig geil finde. Aber so langsam reicht es mir wirklich. Also das ist mir auf einen Haufen zu viele Lippenprodukte. Schöne, schöne Farbe. Kann ich mir an ByPOC Black People extrem gut vorstellen. Aber auch, wenn man einen dunklen Lip Liner dazu nimmt, auch an mir zum Beispiel. Auch ich mag ja eine intensive Lippe gerne. Sehr schöne Farbe, zu viele Lippenprodukte. Ich glaube, das wird das Motto des ganzen Adventskalenders werden. Es tut mir leid. Obwohl, ich kann da gar nichts dafür. Warum entschuldige ich mich eigentlich? Wir haben einen weiteren Jumbo Eye Pencil. Diesmal in so einer Kupferfarbe. Ich glaube, der wird richtig gut zu dem hier passen. Also das ist schön abgestimmt. Ob das auf dem Auge so krass unterschiedlich aussehen wird, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache mal kurz den Deckel ab. Also wenn ihr euch das so anschaut. Einen kleinen Unterschied sieht man schon. Also das hier geht ja eher in so eine Kupferrichtung. Das ist halt definitiv Gold. Ob man das auf den Augen dann so krass wahrnimmt, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, schönes Produkt, sehr passend zum Adventskalender. Och nee, bitte Leute, das muss aufhören. Hier haben wir noch einen Butter Gloss in Bit of Honey. Und das ist mir ehrlich gesagt a bit too much. Wir haben jetzt All Shades of Nudes, was natürlich in dem Sinne schön ist, dass man alles abgedeckt hat. Und ich glaube, Leute, die von NYX noch gar nichts haben und sehr gerne Lippenprodukte verwenden, aber sonst nicht so viel Produkte oder Make-up im Gesicht, ist das definitiv ein guter Kauf. Denn vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Produkte von NYX ja schon sehr teuer für die Drogerie-Preise und gehen definitiv über die 85 Euro hinaus. Aber gut, weiter geht's. Oh, wir haben noch einen Butter Gloss in dieser Bling-Farbe, diesmal Pricey. Nur zum Vergleich, auch die sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass die Farben dieses Jahr auch wirklich sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Also sowohl die Matte Lip Creams als auch die Butter Glosse, als auch die Augenpencils und so weiter, die passen alle sehr gut zusammen. Und wenn einem das hier vielleicht ein bisschen zu pink ist, dann kann man das hier natürlich auch nehmen. das ist tatsächlich etwas heller, als ihr es jetzt in der Kamera seht und hat auch so goldene Sparkles. Etwas weniger knallig, aber nichtsdestotrotz eine sehr schöne Adventslippe. So, jetzt haben wir noch zwei Produkte und ich hoffe wirklich so sehr, dass wir noch was aus anderen Kategorien bekommen und nein, bekommen wir nicht. Wir bekommen noch eine Soft Matte Lip Cream, diesmal in der Farbe London. Auch da muss ich sagen, ebenfalls wie kann, glaube ich, eine Farbe, die zu den Bestsellern gehört. Wunderschöne Nude-Farbe, gefällt mir gut. Too Much Lip Products. Und last but not least, was haben wir hier? Komm raus! Okay, schade. Mit dem letzten Türchen wird auch nichts mehr gerettet. Ja, Fett Oil, richtig geil, geile Farbe, auch das gefällt mir sehr gut und passt, glaube ich, auch extrem gut noch da drüber. Das sieht hier zwar jetzt ein bisschen dunkler aus, aber natürlich wird das nicht so stark pigmentiert sein, wenn man es auf den Lippen aufträgt. Also auch hier, die Zusammenstellung ist an sich sehr, sehr nice, aber es sind zu viele Lippenprodukte. Habe ich jetzt alles aufgemacht? Ich glaube, ja. So, ich zeige euch jetzt einmal das Packaging, nur damit ihr das einmal sehen könnt. Also hier zum Beispiel, ich konnte das nicht besser aufmachen. Hier unten ist das auch nicht festgeklebt. Das ist natürlich deswegen, damit man den äußeren Teil und den inneren Teil auseinanderpulen kann, denn der innere ist nochmal aus Pappmaché, glaube ich, und das hier würde dann, glaube ich, in den gelben Sack kommen. Geht natürlich um den Recycling-Gedanken, aber was halt schade ist, das hängt dann einfach, so habt ihr das gesehen, das ist gerade einfach live und Kamera abgefallen und nicht, weil ich so brutal damit umgegangen bin und hier sind überall so kleine Risse drin. Das finde ich persönlich immer sehr schade, weil der dann einfach sehr, sehr auseinandergepflückt nachher aussieht. Was ist mein Fazit zu dem NYX Cosmetics Adventskalender für dieses Jahr? Würde ich Ihnen empfehlen. Jein. Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut für die unter euch, die von NYX Cosmetics wirklich noch gar nichts haben und oder nur die NYX Cosmetics Lippenprodukte ausprobieren möchten, denn von den 24 Produkten, die hier drin sind, haben wir, wenn ich jetzt mal gucke, nur drei für die Augen, drei für das Gesicht und der Rest ist alles wirklich komplett, alles nur Lippenprodukte. Das heißt, wir haben 18 Lippenprodukte in 24 Türchen und das ist me entirely too much. Ich persönlich habe ja eh eine Make-Up-Sammlung, die größer ist als meine Zukunft. Das ist aber ein Me-Problem, aber ich kann mir halt einfach auch nicht vorstellen, dass man diese ganzen Produkte alle gleichzeitig oder nacheinander benutzen und vor allen Dingen aufbrauchen kann. Und NYX hat so viele geile andere Kategorien. Man hätte einen Liner noch mit reinmachen können, man hätte was von den Augenbrauen-Gels mit reinmachen können, noch eine buntere Lidschattenpalette vielleicht oder Tools oder oder oder. Also es hätte eine Menge Möglichkeiten gegeben, um nicht 18 Lippenprodukte hier mit drin zu haben und für mich persönlich muss ich sagen, ja, für den Kanal habe ich ihn gekauft, für mich privat hätte ich es definitiv nicht getan. Er gefällt mir etwas besser als der vom letzten Jahr, weil die einfach aufeinander farblich sehr schön abgestimmt sind und auch sehr viele neue Produkte mit drin sind und Specials. Aber ganz ehrlich, es wird andere Adventskalender geben, bei denen auch schöne Lippenprodukte mit dabei sind und für mich ist das definitiv nichts. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr noch dazu zu sagen habt. Gebt ihr der Maulenden Myrte recht oder sagt ihr, nee, du maulst ein bisschen zu sehr in diesem Video? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn ihr noch mehr Maulende Myrte Adventskalender Unboxings als auch zum Beispiel das Full Face auf Essence Sortiments Update und Catrice Sortiments Update, das kommt nämlich auch noch, sehen möchtet, dann lasst dem Abo gerne ein, nee, Moment, dann lasst dem Kanal gerne ein Abo da, nicht dem Abo gerne ein Kanal. Aber was ihr natürlich machen könnt, ist auch super gerne dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder dem Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Adventskalender Unboxing wieder und dem Full Face und Empties und Deklatter und alles, was dann noch die Tage so kommt. Ich freue mich drauf und bis bald. Ciao!